Hallo Leute! Willkommen, willkommen, willkommen! Ich habe das Zeug nicht geholt. Scheiß auf den Schlüssel, wer braucht die schon? Wer braucht die schon? Ich nicht! Okay, so. Aha, einfach nur... So, ablenken. Ei, 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 ei. Was ist das? Komm, komm, schnell! Schnell! Oh mein Gott, was macht der? Oh mein Gott, er braucht Jahre. Und jetzt? Oh oh. Oh nein. Ich hätte schwimmen sollen. Oh, schaffen wir es? Nochmal. Lauf! Okay. Oh! Oh, es geht weiter. Super, ne? Super. Ah. No. Liebes Fischlein. Bleib weg! Ich liebe Wasser, aber... Nicht sowas. So Fische und so? Nee. Vor allem nicht, wenn ich im Wasser bin. Definitiv nicht. Oh Gott. Ich weiß alles, was ich nicht sehe. Unter dem Wasser. Okay. Einfach runter. So schnell setze ich keinen Fuß mehr ins Wasser. Ja. Ja, so riechst du auch, ne? Also... Ja. Nee, duschen ist okay, aber... Ozean. Piranhas. Noch geiler. Definitiv. So. Was kommt jetzt? Oh nein, guck mal. Ich habe so viel Scheiß... So viel Munition verbraucht. Ah ja, wir haben ja noch Magnum. Oh. Wow. Noch nie benutzt. Wie sieht's aus? Wow. Guck das mal an. Wow, Mann. Ist der dick, Mann. Okay. Magnum ist gut. Ich mag Magnum. Was passiert jetzt? Oh nein. Nicht Robin. Oder wie heißt er? Arjen Robin? Nein. Oh. Er ist doch da, ne? Oh mein Gott. Nein. Doch. Oh doch. Oh doch. Wo ist er? Scheiße. Oh. Oh nein. Nicht du. Okay. Oh. Muss ich kämpfen? Nein. Es gibt ja Momente, wo man nicht kämpfen muss. Oh Scheiße. Okay. Ich muss kämpfen wieder. Scheiß drauf. Oh. 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 Ah. Geh weg, geil. Geh weg, geh weg, geh weg. Okay Wow Also bekomme ich Munition oder so? Bitte? Ist das so viel verlangt? Oh Was? Oh nein, oh nein, den kann man nicht töten Genau Uff, scheiße Hat das Kind etwas? Hast du etwas? Guck das an, das liebe, liebe Süße Kindlein So, mal heilen Mach, 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 wir haben nicht so viel Zeit Ja, es sieht gut aus Muss ich da lang? Nein Oh nein Oh Nein Scheiße, der rastet aus Oh nein Ja, ich glaube, er geht weg Oder muss ich jetzt einfach hoffen Ah, guck mal, da haben wir noch was Oh, Munition Oh, nein Nein, Streichhölzer Scheiße Ein Stück Okay Hm Gibst du auf? Ich habe alle getötet Oh mein Gott So schnell So schnell Geil Gut Und jetzt? Oh Oh Ja, ja Ich bin schon ein bisschen blind Da ist nix Nein Hey, was willst du? Dich kann ich gar nicht töten Oder? Oh Warte doch Hä Ich habe vorhin doch Ich habe dich doch nicht getroffen Du motherfucker So, brenne So, finish Finish him Tsch Osmanisch Okay, gut Nice Nice Jetzt tut mir nichts Nicht eine Nicht eine Tausend Okay, du musst duschen Komm Bisschen Bitzeli So Ja Egal Was Was da passiert Apokalypse oder nicht Er muss sauber bleiben Hygiene ist das Wichtigste Im Leben Und danach kommt Der Charakter Nein, zuerst Die Schönheit Oh Oh Was Geht Los Ah Film Szene Ja Endlich Endlich Können wir speichern Es kann wahr sein Du hast geduscht Kein Problem Er ist auch so Er ist auch so Heiken Ich bin so stolz auf ihn Er kommt nach Vater Ist das sein Werk Das ist unser Werk Oh Kann ich jetzt da rein Ich will gar nicht da rein Detektiv Ja Ist es okay Sie wissen schon Dass mich niemand ersetzen könnte Wie kann Wie kann Wie kann Wie kann dich jemand ersetzen Wie kann dich jemand ersetzen Süße Habe ich Habe ich Einen Schlüssel Oder so Habe ich Wo steht das Nein habe ich nicht Aber wir haben Munition Genau 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 Wir haben hier Munition Die können wir noch Holen So behindert Zuerst musst du es anvisieren Damit er nachlädt Und dann Erst dann Kannst du es nehmen Voll blöd irgendwie Das haben sie nicht so gut gemacht Wie hier jetzt Nein Das ist schon Okay Oh Oh Okay Das ist gut So nachladen Wow Das hat viel gebracht Habt ihr gesehen Alles Alles mitgenommen Aber wir müssen zuerst mal Ich habe ja noch paar tausend Gel Auszugeben Oh ja Endlich Aber was soll ich verbessern Also das mit dem Kämpfen Wieso habe ich das verbessert Zu behindert Also wirklich Also ist schwierig jetzt Leben Das ist sowieso nie Voll Also Bringt es gar nicht Reserve Für was Magnum Plus 2 2500 Plus 1 Wow Ja Und da Plus 15 Wow Okay Explosivpolzen Radius Okay Meter Feuerschaden Hinzugefügt Aha Das ist auch gut Ne Okay Also ich muss mich gut Entscheiden Scheiße 12.000 Oha Reichweite Nachladegeschwindigkeit Machen wir einmal das Schlammgeschwind Nein Ähm Hier Genau Feuerrate Genau Wir haben genug geweint Ja Das ist gut Und dann Magazinkapazität So Hier Auch Genauigkeit Magazin Machen wir das Noch einmal Ähm Einmal Damit wir Ein bisschen Alles haben Ja Nochmal Ähm Das ist sicher Auch nicht Schlecht Ich meine Wenn wir vier Stück davon Tragen können Oh Kann ich Nichts mehr Ah ja genau Granaten Oh Granate Aha Geil So günstig Endlich So Genug Genug Gehen wir Also ich finde Das Übrigens Ich finde Das spiel Geil Nur an Manchen Stellen Finde ich Dass das bisschen So überzogen Wurden Ist Das spiel Ja Damit es Länger Ist halt Finde ich Jetzt Wie dieser Abschnitt Jetzt zum Beispiel Finde ich Jetzt so Bisschen Mittelmäßig Nicht mega Aber okay Ich meine Aber das spiel Ist sehr gut Wirklich Gefällt mir Sehr gut Ähm Aber eben Wie gesagt Also an manchen Stellen Ist es Bisschen Ähm Mittelmäßig Irgendwie Und an anderen Stellen Wie zum beispiel Beim wächter Oder Bei der hexe Und so Voll gut Und dann Zum beispiel Hier Ich weiß nicht Gefällt mir Also Gefällt mir Das Alles Gefällt mir Aber Halt Es hätte Besser Seien können Oh Nicht getroffen Scheiße Oh Okay Ja Ich muss Da hin Wie es aussieht Komm Okay Ladies and Gentlemen Oh Am Kopf Habe ich getroffen Scharfschützengewehr Habe ich gar nicht Verbessert Fuck Keine gute idee Bist du tot Bleib unten Mach mir keine Angst Man Okay So Geil ne Zwei Munition Eine Munition Wirklich Das ist so geil Ja Sonst wäre es ein Action Spiel Klar Jetzt Stell Wieso Wieso Brennt er nicht Hey Wieso Steht er auf Jetzt aber Bist du tot Ja Gut Oh Scheiße Ja Gut Oh Autsch 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 Steh auf Steh auf Oh Hey Hey Was ist los Du Motherfucker Komm 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 Nimm es So heilen Hey Wieso Wieso macht er Wieso schließt er Ah Ich muss nach oben Vielleicht Kann das sein Ich kann es einfach Nicht lassen Ich kann es Einfach nicht Lassen Na super Für was bin ich Jetzt hoch Oh Gott Ja Wir müssen jetzt Da rein Und wie Wie geht das Oh Mit Dynamit Oha Okay Ähm Wie komme ich da rein Oh Scheiße Nein Oh Oh Lauf weg Lauf weg Okay Okay Ich komme nicht rein Okay Gut Wie komme ich da rein Wie komme ich da rein Scheiße Also wenn ich zurückgehe Nein Aha Ja ich muss Ich muss glaube ich Alle töten Wie es aussieht Oh Komm Oh Scheiße Mach schnell Mach schnell Ja ja Dann macht auf Oh Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Mach schnell So ein Penner Oh wir haben es geschafft Halleluja Uff Gut Endlich Ähm Nochmal Heilen Nein Also Magnum ist nicht so gut Irgendwie Ne Ich habe es besser erwartet Jetzt Kontrollpunkt Endlich Das ist das geilste Wenn das Spiel Speichert Von selber Weil ich Ich speichere ja selten Wie man sieht Okay Wohin Darunter Shit Ich mache auch so Was ist drin Sucuk ist drin Geh Geh Holen Sucuk Magst du Sucuk Do you like Nein man Das ist Amerikaner Der kennt kein Sucuk Der hat Hamburger Köfte Auch gut Ja man Wie viel Köfte So viel Brot Ne Klar Ähm Oh Was ist das Was ist das Munition Oh Dankeschön Vier Stück Wow Mein Traum Geht in Erfüllung Ja also Ich will Mehr Ich brauche Mehr Aha Oh 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 nein Kann ich das Abzug kaputt machen Ja So geil Ich bin doch von da gekommen Oh mein Gott Mach Genau Oh Oh Das ist gut Spritze Wie das aussieht Nicht schön Nicht schön Würde ein Schweizer sagen Ja aber weil wir kein Schweizer sind Sagen wir Nicht schön Nicht schön Das ist auch ein Schweizer Scheißegal Ihr wisst was ich meine Ähm So Muss ich jetzt rüberspringen Nein Ah es geht auch so Ich will Ja wir sind sportlich Ne Normal Aha Okay Aber das machen wir Im nächsten Part Ladies and gentlemen Ich hoffe es gefällt Ihr Gefällt euch Weiterhin Wir sehen uns Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.